Der Max, der hat eine Bohrmaschine, darauf ist er ganz stolz. Er bohrt damit, so gut er kann, er bohrt bloß nicht in Holz. Der Max, der hat eine Bohrmaschine, das ist den Frauen bekannt. Drum wird er bei uns daheim, der Bohrermachs genannt. Einst klingelte die Nachbarin, beim Max an seiner Tür. Ob er nicht mit der Bohrmaschine, wann kommen könnt zu ihr? Sie hätte da ein kleines Problem, denn Max war das bekannt. Er ist mit seiner Bohrmaschine, sofort zu ihr gerannt. Der Bohrermachs, der Bohrermachs, der Bohrermachs ist da. Und der sei Bohrmaschine auspackt, legt sich die Frauen platt. Die Frauen, die sahen ganz ruhig auf ihn, auf ihn und seine Bohrmaschine. Die Frauen, die sahen ganz ruhig auf ihn und seine Bohrmaschine. Der Bohrermachs ging abends mal ganz kurz in ein Lokal. Da waren bloß lauter Frauen drin, die Frauen waren im Lokal. Als diese dann den Max gesehen, da war's um ihn geschehen Sie schauten ihn langs Lüstern an und rief ihn laut ihm Hey Bohrermax, hey Bohrermax, hey Max, komm doch her Zeig uns doch deine Bohrmaschine, zeig sie doch einmal her Hey Bohrermax, hey Bohrermax, hey Max, komm doch her Zeig uns doch deine Bohrmaschine, zeig sie doch einmal her Der Bohrermax, der Bohrermax, der Bohrermax ist da Bei dir sei Bohrmaschine auspackt, legt sich die Frauen platt Die Frauen, die seien ganz gut auf ihn, auf ihn und seine Maschine Die Frauen, die seien ganz gut auf ihn und seine Bohrmaschine Der Bohrermax, der Bohrermax, der Bohrermax ist da Der Bohrermax, der Bohrermax, der Bohrermax ist da Der Bohrermax, der Bohrermax, der ist für alle da Wenn sie ermolmen, ein Bohrer braucht, der rührt sie einfach an Der Bohrermax, der Bohrermax, der ist gewiss, der kommt so schnell er kann Der Bohrermax, der bohrermaxe ist da